Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Script Tutorial hier in AdventureCraft. Im letzten Video haben wir uns schon damit beschäftigt, wie man den Fehler abfangen kann mittels Try und Catch. Und ich hatte schon angesprochen, dass man auch selber Fehler werfen kann. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, denn wir können selber tatsächlich Fehler werfen. Und dazu gibt es das Schlüsselwort Throw. Throw heißt ja auf Deutsch übersetzt einfach werfen. Also ja, auch wieder eigentlich klar, was es dann eben macht. Es wirft eine Exception, also einen Fehler. Und das kann man hier auch einfach ausprobieren. Jetzt muss man natürlich noch den Syntax wissen. Also da muss man jetzt halt einmal das Throw schreiben und dahinter ein Objekt. Und da kann man jetzt entweder einen Error, also einen richtigen Error schmeißen. Zum Beispiel einen Type Error oder sowas. Also kann ich dann hier sagen, Throw. Da muss ich New sagen, weil ich ja ein Objekt erzeuge. Ja, ich habe mich ja schon kennengelernt. New Type Error. Und dann kann ich da jetzt irgendeine Message mitgeben oder so. Ja, also das könnte ich machen. Aber ich kann auch einfach nur bestimmte Werte werfen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Throw True. Und dann weiß er wegen dem Throw, okay, da ist ein Fehler. Und der Fehler, also dieses E hat danach den Wert True. Also ihr könnt da auch einen Wert hinschreiben und dieser Wert wird danach von diesem E übernommen. Können wir uns gerade auch mal anschauen. Also E.Name wird dann einfach undefined sein. Weil ich meine, True hat kein Attribut mit dem Namen undefined. Wie gesagt, schauen wir uns das mal kurz an. Also wenn ich jetzt jetzt der Punkt Print E mache, dann werden wir gleich sehen, dass eben das True im Chat steht. Und da ist übrigens hier auch noch ein interessanter AdventureCraft Bug mal wieder. Ja, und zwar, dass der Script Blog automatisch, also ich habe ja jetzt schon letztens wieder tausendmal mein Script ausgewählt, aber immer beim Laden resettet das wieder. Ja, das ist irgendwie so ein Bug, weiß ich auch nicht, woran das liegt. So, aber wir sehen schon, jetzt steht True im Chat. Und das ist halt genau der Wert, der hier übergeben wird. Und genauso kann ich jetzt hier auch zum Beispiel 42 wegwerfen oder Hallo oder was auch immer. Ja, also man kann da wirklich Werte machen, die man lustig ist. Aber ich kann jetzt eben auch sagen, ein neuer Type Error zum Beispiel. Ich rollte das auch mal aus. Und dann kann ich sagen, da lief was falsch. Ja, das ist jetzt natürlich keine sehr gute Fehlermeldung, weil die uns im Grunde gar nichts sagt. Und Type Error hat auch wieder den Namen, der wäre jetzt eben Type Error. Und die Message wäre jetzt eben das, was ich hier reingeschrieben habe. Auch das einmal kurz noch demonstriert. Ich nehme mal diesen Script Blog. Ach, der ist sogar schon ausgewählt. Geschickt. So, jetzt sehen wir hier eben Type Error, da lief was falsch. Also das sagt uns jetzt auch nicht besonders viel. Aber da kann man eben so seine eigenen Fehlermeldungen da reinschreiben, ja. Und es sollte halt auch wirklich ein Type Error geworfen werden, wenn es ein Type Error ist. Und eben nicht, wenn man einfach irgendwas macht, ein Type Error werfen. Weil das verwirrt natürlich nur. Und man kann auch natürlich dann entsprechend mit einem Type Error anders umgehen, als jetzt mit einem Divide oder mit einem Live Pointer Exception oder sowas. Ja, also ich kann jetzt hier auch eine neue Live Pointer Exception werfen. Kann ich alles machen. So, jetzt ist alles schön und gut wahrscheinlich. Und ich denke, das ist nicht so schwierig, da zu verstehen, warum, also warum vielleicht schon, aber wie das funktioniert. Die spannende Frage ist jetzt nämlich das Warum. Warum gibt es das? Warum sollte man selber Fehler werfen? Das macht doch eigentlich nicht wirklich Sinn. Ich meine, man will doch eher Fehler vermeiden. Wieso kann man dann selber Fehler auch erstellen? Nun, das hat eigentlich einen ganz praktischen Aspekt. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr macht so eine Oberfläche, ja, oder meinetwegen, sagen wir mal, ihr macht irgendwie in eure Map so ein kleines Spielchen rein, wo man eine richtige Antwort geben muss. So ein Quizspiel, ja. Also da kommen immer nacheinander Fragen, random. Und dann muss der Spieler halt die Antwort eintippen, ja, also über die Tastatur. Und es wird dann angezeigt, was er eingezippt hat. Und jetzt stellt euch die Frage vor, was ist 4 plus 5? Und da kommt jemand und ist so lustig und schreibt da Banane rein. Ja, das ist natürlich keine sinnvolle Antwort, weil es gar keine Zahl ist. Und das kann dann in gewisser Weise zu Problemen von einem Code führen, weil der natürlich dann rechnet, dass derjenige eine Zahl eingibt. Also vielleicht habt ihr dann im Hintergrund euer Programm laufen, was dann prüft, ob die Eingabe auch wirklich das Ergebnis von 3 plus 5 ist. Und dann würde er ein String mit einem Integer vergleichen, was dann nicht gut ist, ja. In JavaScript würde es zwar keinen Fehler werfen, aber es würde einen kompletten Logikfehler rausreißen. Und dafür könnt ihr euch halt einen Fehler werfen. Also ihr könnt abfragen, ob die Eingabe eine Zahl ist. Ja, aber das kann man, wie wir das gemacht haben, also wie das geht, wissen wir ja schon. Mit typeof können wir fragen, ob das, von welchem Typ das ist. Das heißt, wir könnten dann sowas machen wie if typeof, und dann heißt unsere Variable vielleicht Eingabe, ist gleich, und dann eben Number. Ja, also wenn das eine Zahl ist, dann können wir anders verfahren. Und wenn es dann zum Beispiel eben keine Number ist, also irgendwas anderes, dann könnte man jetzt sagen, okay, ich werfe einen neuen Fehler. Ja, throw new, jetzt mache ich das ganz allgemein, Error. Und dann sage ich, lieber Nutzer, bitte gebe eine Zahl ein. So, und dann kriege ich hier dieses Ding angezeigt, und könnte jetzt hier mit einem UI-Label oder sowas, also wie ich halt immer das machen will, ich mache es jetzt nicht ganz genau, aber dann könnte ich hier das E reinschreiben, und dann hier die anderen Werte. Ja, und danach kriege ich immer den Fehler, der hier geworfen wird, zum Beispiel immer am Label dann angezeigt. Das wäre eine nützliche Sache, also da macht es dann Sinn. Also halt Fehler wirklich im Sinne von Fehler. Oder wenn ihr halt eine falsche Eingabe macht, kann ich ja auch einen Fehler werfen. Das ist dann halt ein falscher Fehler. Also eine falsche Eingabe kann ich dann sagen, lieber Nutzer, deine Eingabe war falsch oder sowas. Ja, also dafür kann man dieses Throw zum Beispiel sehr nützlich verwenden. Und das gibt es natürlich überall, aber es gibt dann auch die schöne Sache, dass man sich auch selber komplette Fehlerklassen schreiben kann. Also ich habe jetzt hier diese vordefinierten Type Error, Nine Pointer Exception, Array Out of Index und sowas. Aber ich kann auch meine eigenen Error-Dinger schreiben. Also ich kann jetzt auch sagen, ich möchte jetzt meinen Error Peter Error nennen. Und danach kann ich hier eben sagen, Through, Throw, New, Peter Error. Den kennt ihr jetzt natürlich noch nicht, aber den müsste ich mir dann selber schreiben. Das mache ich aber erst später in dieser Tutorial-Reihe. Das werden wir auf jeden Fall noch kennenlernen. Denn dafür muss man schon wissen, wie man eigene Klassen schreiben kann. Klassen war dieser Überbegriff. Also sowas wie Chat zum Beispiel, wo man selbst so Methoden definieren kann. Und im Grunde ist ein Error auch eine Klasse. Das ist eine Klasse, von der erzeugen wir hier ein neues Objekt. Neuer Peter Error. Das wird man dann übrigens auch hier groß schreiben, weil es eine Klasse ist. Und das werden wir uns eben erst später anschauen. Wie man denn eigene Klassen schreibt. Und dann werden wir uns als Beispiel dann eben anschauen, wie man eigene Error schreiben kann. Das eben nur am Rande. Okay, aber das war es im Grunde schon von Throw. Also in der Praxis von AdventureCraft braucht man es tatsächlich nicht so häufig. Aber ab und zu kann man es vielleicht doch mal gebrauchen. Deswegen hier noch einmal erklärt gewesen, was denn das Throw macht. Und in welchen Fällen es denn auch nützlich sein kann. Bei Fragen könnt ihr, wie gesagt, immer gerne einen Kommentar schreiben. Und ansonsten geht es dann im nächsten Video mit einem neuen Thema weiter. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank und lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!